Hallo Leute und herzlich willkommen zum Champions League Final Special. Der Countdown läuft noch ein wenig weiter. Vor dem großen Duell gegen die Bayern im Santiago Bernabeu, die dort Heimrecht haben, wären die lieben Freunde aus München. Ja, ich hoffe der Countdown gestern hat euch sehr gefallen. Ich habe da ein bisschen Arbeit reingesteckt. War nicht leicht, alle Videos da rauszufischen und mit Camtasia das Ganze rumzufuchteln. Am Ende muss ich das Ganze dann am Laptop zu Ende bringen. Da sind die Camtasia 8 Versionen drauf und ja, dann habe ich es am Ende doch ganz gut hingekriegt noch. Gott sei Dank. Am PC steigt das Ganze ein bisschen. Deswegen werde ich auch bald mir einen neuen PC anschaffen und auf Windows 7 umsteigen. Ja, aber mein PC läuft noch mit Windows XP. Das ist alles noch ein bisschen schwieriger und hat nicht ganz so viel, aber ich hoffe... Gut, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Es geht heute ins große Finale um die UEFA Champions League gegen den FC Bayern München. Das haben wir uns über die Saison überarbeitet. Wir haben es in den Videos gesehen, was für tolle Tore wir erzielt haben in dieser Champions League Saison. Das waren ja alle Tore, die wir erzielt haben von der Gruppenphase an. Ich habe nicht die von der Qualifikation mit reingenommen. Das haben wir uns echt verdient, ins Finale zu kommen. Wir haben Mannschaften wie Man U, wie Man City, wie Tottenham, wie Real Madrid ausgeschaltet, um in dieses Finale zu kommen. Im großen Santiago Bernabeu vor knapp 80.000 Zuschauern. Genau dort wollen wir hin. Und das soll es dann auch werden. Der große Coup. Denn so, mit diesem Champions League Titel, mit dem Pott, wir stehen schließlich zum ersten Mal im Finale der Champions League. Nicht nur der FC Schalke 04, auch ich als Manager vom Fußballmanager. Ah ne, zum ersten Mal im Finale stehe ich nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht ganz. Im Finale stand ich schon mal. Aber den Pott geholt habe ich hier beim FM noch nie. Und auch Schalke selbst in der Wirklichkeit hat den Titel noch nie geholt. Und wir können hier ein ganz großes Novum schaffen. In der zweiten Saison mit dem FC Schalke 04 den großen europäischen Pott abräumen mit den zwei großen Ohren. Der dann hoffentlich mit blau-weißen, ja, blau-weißen, wie heißt das, Partybändern oder so, geschmückt sein werden soll. Denn die Bundesliga, die haben wir eindeutig verkackt. Wir sind nicht in den Top 4 zu finden, da sind Mannschaften wie Stöcker und HSV zu finden, die da, wenn man die Wirklichkeit sieht, da gar nichts zu suchen haben. Nein, wir finden uns erst hinter Hannover auf Platz 6 wieder. Einen Platz schlechter sogar als in der vorherigen Saison. Ich weiß nicht, wie viele Punkte wir dort hatten. Ob weniger oder mehr, ob wir jetzt mehr hatten sogar. Fakt ist, es war ja sowieso alles enges Spielchen. Wir haben uns das Ende selbst versaut. Die Doppelbelastung war vielleicht doch ein bisschen zu hoch. In der Champions League haben wir immer gute Leistungen gebracht, in der Liga nicht ganz so. Aber jetzt mache ich hier schon fast eine Saisonanalyse, das soll doch nicht sein. Nein, nein, ich will ja nicht so lange auf die Folter spannen. Ich will ja auch endlich ins Spiel gehen. Die Aufstellung haben wir im letzten Mal schon ganz gut gemacht. Natürlich Morage, unsere Nummer 1 im Tor. Büttner Höwe des Papadopoulos wird in die Impfverteilung reinrücken. Dafür kommt Kirchhoff auf die 6 für Roman Neustadt, der sich leider kurz vorm Spiel verletzt hat. Verstaucht das Handgelenk, kann nicht mit Mannschaften spielen, schade, schade. Ushida hat sich wieder reingekämpft, vor Gergi Garek sich den Platz geholt hier auf der Rechtsverteilposition. Verfahren klar, rechtes Mittelfeld sowieso gesetzt. Links spielt heute Leon Goretzka, guter Form, hat eine klasse erste Saison gespielt hier. Soll sie sich jetzt hier im Finale der Champions League krönen. Auf der 10 klar Julian Draxler vorne, Huntelaar und Jelle Forsen. Nach dem Verwurfswinkel in den letzten Spielen auch nicht gerade das gezeigt, was er zeigen sollte. wird zurückkehren zu Sport in Lissabon. Jelle Forsen, der wird aufgebaut, der soll der neue Sturmpartner von Klassian Huntelaar werden. Auf der Bank, die stellen wir natürlich auch noch alle vor hier in diesem Finale. Timo Hildebrandt, unser loyaler Satz-Torwart, kam dieses Jahr leider nicht einmal zum Einsatz, schade. Für ihn hat er auch deswegen vor allem in den letzten Spielen dann stärker eingebüßt. Dann Sebastian Hertner, der sich in der Winterpause klasse aus der zweiten Mannschaft hervorgetan hat. Er hat sich jetzt etabliert in der ersten Mannschaft, sind gute Einsätze gehabt. Talentstern wurde erhöht, klasse. Garik sowieso, immer eine brauchbare Wante. Dann Philipp Max, dahinter unser Backup-Joker-Stürmer, der in der nächsten Saison auf jeden Fall verliehen wird. Michel Bastos wird auch seinen Abschied feiern hier von Schalke, wird den Fein verlassen. Dann haben wir Renato Augusto, der zuletzt ein bisschen schwächelte. Deswegen heute auf der Bank, der dann für Jelle Forsen weichen musste für die zweite Spitze. Und Ersatzstürmer Ricky von Wolfswinkel wird sein letzter Einsatz kommen hier, oder auch nicht, für Schalke. Vielleicht geht er mir auch noch mal mit dem Titel nach Sporting zurück. Dann ist aber in die Taktik hinein. Wir schauen Einsatz, stellen wir gleich mal auf 90%. Wir wollen hier was holen gegen Bayern, ganz klar. Und dann stellen wir natürlich ein wichtigstes Spiel des Jahres, das ist logisch. Zusätzliche Siegprämie, stellen wir auch noch ein bisschen was ein. 15.500 Euro Siegprämie soll es geben für die Mannschaft. Angriffsseite Mitte und Rechts. Abseitsfalle, klar. 60% Pressing. Wir gehen hier aufs Ganze. Hontola ist der Sturmtank. Flankenhöhe gehen wir wieder ein bisschen höher ein. Auf 45%. Zeitspiel, ja, können wir glaube ich auch einen Angriff nehmen, oder? Ne, müssen wir nicht haben. Gut, entweder Anweisungen schauen wir mal nach. Jan Kirchhoff hier auf der 6, da müssen wir noch mal was gucken. Bei ihm natürlich. Er wird eng am Land stehen. Tacklings sind aggressiv auf jeden Fall. Vorstöße eher weniger, ganz klar. Flankenhöhefigkeit auch eher weniger. Dann haben wir Ball halten und Bestands nach vorne. Okay, das ist das Wichtigste, was man machen muss. Goretzka, Vorstöße. Bei Standards nach vorne. Dribbling. Alles, das sollte in Ordnung sein bei ihm, weil gut Leon. Draxler gut ist sowieso, der geht auch ins Dribbling, nicht unbedingt den Ball halten. Jo. Gut, und dann Jefferson Verfahren, der hat sowieso alle steil gehen. Dribbling bei Standards nach vorne. Muss er nicht unbedingt. Er führt ja entweder die Standards aus, oder macht sie selbst. Ja. Gut, und Jelle Fossen. Auch das ist klar, geht auch steil. Er soll die Bälle halten bei Standards nach vorne. Alles klar. Hier stimmt alles gut. Gut, schauen wir auf die Laufwege noch. Fossen zum 16er hin. Funzel natürlich auch. Und Draxler stürzt er sich da in die Mitte. Und den Rückweg von Draxler müssen wir auch noch einstellen. Kirchhoff. Und Draxler eher so. Okay. Na. Kirchhoff eher so. Und Goretzka wird sie auch so ein bisschen mehr in die Mitte ziehen. Verfahren geht auf die Grundlinie. Gut, dann ist das alles geklärt. Schauen wir mal im direkten Vergleich mit den Bayern. Wie spielen die Spiel? Natürlich mit Manuel Neuer am Tor. Rafinha auf der rechten Seite. Dante und Martinez in der Infanteil. Und dann Lahm links. Schweinsteiger Gustav auf der 6. Kroos macht den Spielmacher. Shaqiri spielt von Anfang an. Und auch Arjen Robben spielt auf der linken Seite. Manzukic im Sturm. Nicht Ribery, sondern Scherdan Shaqiri. Ich habe ja schon mal gesagt, den habe ich ganz großes Interesse. Den würde ich gerne holen in der nächsten Saison. Allerdings wird er sicherlich ein bisschen teuer. Zumal der jetzt ja bei Bayern auch spielt. Witzig. 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 Ja, aber es ist ein Wunschspieler von mir. Kann ich jetzt schon mal offen sagen. Sonnenbewachung kriegt natürlich Mario Manzukic. So, und dem wird auch sich Jan Kirchhoff in Angriff nehmen. Dann hat die Infanteilung immer noch Platz, die anderen Offensivspieler da zu decken von den Bayern. Und ich würde sagen, jetzt können wir wirklich ins Finale gehen. Jetzt sind wir gewappnet fürs große Finale. Und deswegen nochmal. Können wir es nicht nochmal spielen? Schade, ich dachte. Nochmal Film ab, wollte ich sagen. Aber das Champions League Video gibt es nicht nochmal. Alles klar, wir sehen uns dann gleich wieder zum Spiel im Finale. Um den großen Pott der UEFA Champions League 2013-2014 im Santiago Menabeo. FC Bayern München gegen FC Schalke 04. Nur hier im Let's Play Fußballmanager 13 mit eurem Hansa Fan 19-93. Die Bösten, die Bösten, die Bösten, die Bösten, die Bösten, die Bösten sind die Botschaften. Die Bösten, die Bösten, die Bösten, die Bösten, die Bösten, die Bösten sind die Botschaften. Diego Benovello zum Finale der UEFA Champions League zwischen Schalke und den Bayern. Klasse Stimmung hier. Das letzte im spanischen Madrid. Das letzte Aufeinandtreffen der Bayern mit den Bayern. Endete 3 zu 0 für uns durch ein Dreierpack von Renato Augusto. Hier erinnert ich hoffentlich dran. Das war der Durchbruch von Renato, glaube ich, in unserer Mannschaft. Jetzt gibt es schon mal gelbe Karte für Dante nach vier Minuten. Nachdem er da Jelle Forsen umgegrätscht hatte. Der deutsche Meister also fordert uns heraus, um den Pott zu spielen. Der deutsche Meister möchte seinen Titel verteidigen. Die Bayern haben auch letztes Jahr die Champions League gewonnen. Und Leute, ich bin aufgeregt. Heiß wie Frittenfeld auf dieses Spiel. Draxler, Klasse vorbei. Das ist Huntelaar. Huntelaar! Huntelaar ist das Schalke im Finale! Ganz früh klingelt es da schon. Draxler, Klasse rübergelegt. Huntelaar, eiskalt in den Winkel. Ich wollte gerade sagen, ich bin heiß wie Frittenfeld. Ich sitze hier im Schalke-Trikot mit Schalke-Schal. Und da klingelt es schon für unsere Mannschaft. Klasse und Huntelaar bringt uns hier in Führung früh. Und es gibt den nächsten Freistoß, nachdem Toni Kroos da gefoult hat. Leute, was ist hier los? Es geht sauber gut los. Freistoß, Papadopoulos. Raus auf Jefferson, verfahren. Verfahren könnte flanken, verfahren, flankt da auch vor das Tor. Aber da hat keiner mit gerechnet. Schaltet sich keiner ein. Und spritzt da, grätscht da in den Ball hinein. Einwurf für den FC Bayern München, für den deutschen Rekordmeister. Und zweimaligen Champions-League-Sieger. Weiter Ball nach vorne von Martinez. Das ist Scherdan, Schakiri. Und Kirchhoff. Klasse von Manzukic. Das haben wir ihm da aufgegeben. Papadopoulos. Weiter Ball nach vorne auf Jelle Vorsen. Die sind ruhig da. Jelle Vorsen in der Mitte. Lautschen, Huntelaar wieder. Jelle Vorsen. Huntelaar. Huntelaar mit der Chance. Freifahrneuer. Und das gibt's gar nicht. 2-0 für Schalke. Nach 17 Minuten. Schalke nimmt die Bayern auseinander. Ich fass es nicht, Leute. Im Finale um die Champions-League steht hier 2-0. Nach knapp 20 Minuten. Die Bayern eiskalt geschockt. Jelle Vorsen. Goretzka. Nochmal Vorsen. Nochmal Huntelaar jetzt wieder im Abseits. Und wie wichtig dieser Titel auch für uns wäre. Denn er würde, wie gesagt, die Saison sowas von retten. Er würde die Bundesliga-Saison vergessen machen, dass wir da nur Sechster geworden sind. Denn wir würden trotzdem Champions League spielen nächstes Jahr. Shaqiri gegen Goretzka. Shaqiri setzt sich durch. Scherlern. Shaqiri, der Schweizer. Mit der Flanke. Papadopoulos start. Groß. Schieß aus Distanz ab. Und Kirchhoff blockt diesen Schuss ab. Kontermilchkeit für Schalke. Jelle Vorsen. Jelle Vorsen. Klasse. Geschirr auf Huntelaar. Der ist durch. Klaasjan Huntelaar. Vor. Und der Bayern, glaube ich, nicht mehr wachgerüttelt. 2-0 ist noch gefährlich. Aber wir führen weiter in 2-0 und behaupten die Bayern. Vossen. Vossen. Rechts raus auf Fafan. Gegen Lahm. Fafan ist vorbei. Fafan mit der Flanke. Goretzka. Goretzka mit dem Pfostenschuss. Die Bayern im Tiefschlaf. Oder doch geschockt von unserem Auftreten. Ich weiß es nicht. Arjen Robben jetzt über links mal. Robben. Höwedes. Und Kirchhoff. Die Bayern-Fans sind mal zu hören. Draxler holt sich den Ball. Vossen. Nochmal Draxler. Verfahren. Klasse auf Vossen. Schade. Im Abseits. Jawohl. Richtig entschieden. Vorm Schiedsrichter gespannt. Interessante Idee eigentlich. Warum darf ein deutsches Finale oder ein deutsches Spiel auf internationalen Wettbewerbsprozessen Boden. Kein deutscher Schiedsrichter pfeifen. Das ist die Frage mal in die Runde. Könnt ihr mal gerne beantworten. Aber jetzt erstmal wieder Huntela vorne. Huntela spielt den Ball zurück auf Fafan. Fafan vorbei an Schweinstecker. Fafan. Schade. Hätte er doch lieber nochmal Jelle Vossen in den Raum schicken sollen. Manuel Neuer mit diesem Ball kommt er klar. Bei den anderen beiden Bällen hat er bisher keine Sonne gesehen. Die Bayern sehr ideenlos im Spiel nach vorne. Uschida auf Vossen. Das ist wieder Draxler. Huntela. Und es gibt Freistoß. Schalke. Glaube. Hier war das. Martinez. Mit der Hand am Ball. Gibt Freistoß. Jefferson. Fafan. Macht das mit Gewalt. Mit rechts. Fafan in die Mauer. Dann kommt Draxler an den Ball. Huntela abseits. Und das war ganz knapp. Ich hätte eher fast gesagt gleich höher. Aber okay. 42 Minuten rum. Schalke führt weiterhin hochverdient. Hoch, hochverdient mit 2 zu lücken in die Bayern im Finale der UEFA Champions League. Rafinha. Klasse Ball auf Huntela. Draxler. Forsten nicht im Abseits. Forsten spielt immer raus aus Goretzka. Goretzka mit der Flanke. Schade. Diesen Ball für Manuel Neuer. Langer Abschlag. Drei Naschenthalte sind angezeigt. Kirchhoff. Und Martinez. Gretzka vor Draxler den Ball ab. Böttner. Klasse abgeblockt von Schakiri. Und Rafinha nochmal am Ball. Der Brasianer. Ehemals Schalke. Böttner vor Schakiri am Ball. Nochmal Böttner. Langer Ball. Nochmal Rafinha. Jetzt kommt Schakiri an den Ball. Schakiri. Langer Ball. Nächstes. Für Manzugitsch. Der sieht kein Land da vorne. Robin. Hör mir das sicher. Und da ist Halbzeit. 2 zu 0 Führung für den FC Schalke 04. Die wie gesagt hochverdient ist. Der Schalke schon das Trikot bei mir. Bring heute sehr viel Glück. Würde ich sagen. Momentan Schalke Champions League Sieger. Aber wir werden mal noch nichts dazu sagen. Was sagen wir der Mannschaft? Eine hervorragende Leistung hier in der ersten Halbzeit. Blitzstart unserer Mannschaft. Noch eine solche Halbzeit. Und wir können stolz sein, Leute. Spielergespräche. Hontela Klasse. Jelle Fossen Klasse. Genauso wie auch Draxler. Und Verfahren. Unser ganzes Offensivspiel da vorne ist. Klasse. Und da motivieren wir noch Papadopoulos ein bisschen. Massagen gibt es für Kirchhoff. Für Verfahren. Und auch für Goretzka. Und dann geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. Um die UEFA Champions League. Finale im Santiago Bernabeu. Schalke führt mit 2 zu 0. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, Leute. Die Bayern im Rückspiel der Bundesliga waren sie schon nicht gut gegen uns. Wie gesagt, da gab es eben dieses 3 zu 0. Dreimal Renato Gusto. Bis jetzt 2 zu 0 Schalke. Zweimal Klasse. Hontela. Groß. Papadopoulos Klasse. Die Bayern-Fans aber mit gutem Support lassen ihre Mannschaft nicht hängen. Klar. Wichtig in so einem Finale. Fossen. Goretzka. Goretzka. Gutes Dribbling. Hab Platz. Goretzka. Goretzka. Oh, neuer Star. Fossen. Wollte schon hineingrätschen. Aber Manuel Neuer, der ehemalige Schalker. Torhüter. Hat da aufgepasst. Mandzukic. Auf Robben. Arjen Robben. Gegen Ushida. Robben spielt den Ball hinein auf Mandzukic. Kirchhoff. Saubere Leistung. Jan Kirchhoff. Der sie auch komplett etabliert hat da in unserer Mannschaft. Raksla gegen Dante. Fossen rechts raus auf Verfahren. Noch mal gegen Lahm. Verfahren ist vorbei. Aber Schweinstecker fängt den Ball wieder ab. Gegenangriff. Chance für Bayern. Kirchhoff wieder dran an Mandzukic. Klasse. Und Verfahren ist vor, Robben kam dem Ball dann nicht entgegen. Ushida aus dem Fußgelenk raus ins Spiel. Dante vor Fossen. Wir bereiten den ersten Wechsel vor. Wir können hier nochmal alle ranlassen. Im letzten Spiel. Führverfahren wird Michel Bastos ins Spiel kommen. Rechts rückt dann Goretzka hin. Schakiri. Langer Ball. Faradopoulos lässt ihn passieren. Man zu Kic. Groß. Und klasse. Ah, Tomoraj. Mit der ersten Tat hier. Groß nochmal. Er hat das Traumtor im Hinspiel diese Saison erzielte. In der Bundesliga. Als die Bayern da in der 89. durch dieses Traumtor von Groß mit 2 zu 1 gewannen. Unverdientermaßen. So, jetzt nach 60 Minuten. Michel Bastos mit seinem Abschiedsspiel hier. Draxler verlängert den Ball da irgendwie. Jetzt nochmal Toni Kroos. Links raus auf einen Robben. Robben. Läuft mir die Ball jetzt aus. 7 zu 3 Chancen. Und wohl 3 Chancen habe ich von Bayern noch nicht gesehen. Na gut, doch. Kann man so sagen. Und jetzt die Schalker zu hören. Draxler, Vossen. Abgefangen. Von der Bayern-Abwehr. Schakiri. Foul von Büttner. Jawohl. Doch, war richtig entschieden. Wir wechseln noch ein zweites Mal. Für Leon Goretzka kommt jetzt Renato Augusto ins Spiel. Auf die rechte Außenbahn. Der Bayern-Schreck kommt. Ein Spiel für den 19-jährigen Leon Goretzka. Der Jüngste auf dem Platz. Bayern hat in den letzten 5 Ligaspielen mal mindestens 2 Tore erzielt. In der Liga. Hier schaffen sie es nicht eins zu erzielen. Mal wieder nicht. gegen unsere Abwehr. Mora, Schlangerball nach vorne. Bastos. Und Schakiri mit dem Foul. Der Kraftwürfel. Sagt man so schön. Jetzt 36. Martin Hinteregger. Für Dante ins Spiel. Ja, Dante war nicht der sicherste heute da in der Verteidigung. Draxler. Draxler. Da ist Hinteregger gleich am Ball gewesen. Und Robben. Man zu Kitsch. Rechts ist Schakiri frei. Scherland-Schakiri. Der Schweizer Kraftwürfel, wie gesagt. Klasse abgeblockt von Kirchhoff. Und Draxler. Huntela Fossen. Dreht sich um Martinez. Jelle Fossen, der Belgier. Macht eine gute Partie. Huntela. Nochmal Fossen. Lässt den Vorteil nicht laufen, der Schiedsrichter. Gibt lieber Freistoß und gelbe Karte für Luis Gustavo. 77 Minuten sind rum. 78 Minuten jetzt. Und weiterhin 2.5 Minuten für Schalke. Schauen wir nochmal rauf. Huntela. Er tritt ihn auf den Fuß. Aber Vorteil laufen hätte er lassen können. Aber gut. So gibt es Freistoß für unsere Schalker Mannschaft. Jetzt kommt Hakan Calano-Glou. Oder Calano-Glou. Für Luis Gustavo. Palt rein. Bastos. Huntela. Springt der Ball ein bisschen zu weit weg. Und wir bereiten unseren letzten Wechsel vor. Für Klaas und Huntela wird der junge Philipp Max ins Spiel kommen. In den Sturm. Hat er sich auch verdient. Papadopoulos. Hübedes. Und Draxler. Fossen. Ah. Läuft in Martinez hinein. Und der Ball müsste weg sein. Ne. Den kriegt Jacirini noch. Klasse. Gerohlt. Aber Kirchhoff ist dran an Mandzukic. So wie wir es ihn aufgegeben haben. Huntela. Das ist Fossen. Fossen. Hab Platz jetzt. Henninger Ecker hat ihn aussteigen lassen. Fossen. Schwacher Abschluss. Hätte noch gehen können. Hat da Martin hinter Ecker klasse aussteigen lassen. Und so hat er sich den Platz verschafft. Neuer mit dem langen Abschlag auf Robben. Robben lang nach vorne nochmal auf. Mandzukic. Aber Kirchhoff wie gesagt ist da. Huntela. Fossen. Fossen weit raus. Auf Augusto kriegt er nicht. Und jetzt darf er sich eigentlich einen Applaus abholen. Jetzt kommt erstmal Ribery bei Bayern. Spät. Aber wie gesagt. Jetzt Philipp Max rein. Und Klaas-Jan Huntelaar. Der Doppelpacker. Darf sich seinen Applaus abholen. Sehen Applaus. Für Klaas-Jan Huntelaar zum Doppelpack. Zum Champions League-Pot. Fragezeichen. Ribery. Nachschmissheit läuft. Gleich ist es soweit. Büttner. Bastos. Bastos. Weiter geht's. Max. Max auf Vossen. Martinez ist da. Nochmal Büttner. Nochmal Max. Nochmal Schalke. Vossen. Nochmal Max. Doppelpass mit Vossen. Vossen mit Gehldracks. Draxler. Da ist es. 3-0. Der Pott. Geht nach Gelsenkirchen. Kein Wahnsensjubel. Die Bayern-Fans sind alle still. Und Draxler nutzt diese Gelegenheit. Neuer pennt da. Würde ich eher sagen. Da muss Neuer natürlich konsequent rauskommen. Und damit war's das. Triumphmarsch jetzt. Und da ist es. Schalke holt die Champions League 2014. Überragende Saison in dieser Liga. Die Saison ist gerettet. Würden wir mal sagen. Riesenfreude bei Schalker Seiten. Champions League Sieger. Unglaublich. Halten sie noch den Pokal hoch jetzt? Ole, blau-weiß. Ole, blau-weiß. Ole, blau-weiß. Ole. Unglaublich, Leute. Wir haben's geschafft. Wir sind Champions League Sieger. 3 zu 0 im Finale gegen die Bayern. Der deutsche Meister wurde hier heute deklassiert. In allen Belangen waren wir hier heute besser. Die roten Streifen. Ist ein bisschen vertauscht hier heute. 8 zu 4 Torschüsse. 5 zu 1 auf genau das Tor. 53% Ballbesitz. 100 Pässe. 80% Pässe waren bei uns erfolgreich. Es gab keine Ecken. Bayern mit mehr Fouls. Wie auch mit mehr Absichtstellung. Leute, gleich geht's weiter. Mit der Nachbetrachtung zum Spiel. Yes! So, Leute. Da haben wir's. Die Top-10-Vereine. Ewige Tabelle in Europa. Da sind die Bayern noch unter den Top-3 dabei. Aber letztendlich gewinnt Schalke die Champions League. Und damit dürfte Deutschland auch in der Fünfjahreswertung an England vielleicht vorbeiziehen. Ich bin gespannt. Da haben wir's auf jeden Fall. Schalke ist Champions League-Sieger 2014. Julian Draxler, der beste Mann. Ein Tor und eine Torvorlage. Jetzt sind sie natürlich alle euphorisch. Nein, nicht ganz alle, aber... So, Philipp Max mit der Torvorlage da. Zählt ja auch noch dazu. Zu ihm. Klasse. Klasse noch unter mit dem Doppelpack hier heute natürlich. Stärke 87. Und gucken wir mal auf Jelle Fossen. Stärke 73. Na gut, er hat nicht so einen Sprung gemacht. Aber auch er hat eine gute Partie gemacht hier. War eine gute Entscheidung, also das Autosystem wieder einzuführen hier in diesem Spiel. Alle glücklich. Nicht euphorisch, schade. Statistiken. Ja, 35.000 Schalker sind mitgereist nach Spanien. 43.000 Bayern, die waren auch still nach den Toren. Jetzt auch immer steht hier 50-50, weil er besitzt. Naja. Chancen 9 zu 4. Der Sieg geht auf alle Mal. Sowas von in Ordnung. Siebzehnte und neunzigste Minute. Die Tore für Schalke. Das Tor von Draxler, das war der Todesstoß für die Bayern. Der endgültige Todesstoß und die endgültige Blamage für den deutschen Meister. Gegen den Tabernsechsten der Bundesliga. Der damit jetzt auch Champions League spielt. Nächste Saison wieder. Was sagt Job Heinkes darüber? Zur misslungenen Titelverteidigung. Wenn ich übers Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker nicht mal schwimmen kann der. Tja. Und Klaas und Huntelaar? Das war super. Wichtig ist zwar immer erst die Mannschaft, doch wir haben heute gewonnen und ich habe noch zwei Tore gemacht. Huntelaar ist der Held des Tages, eindeutig. Der holt Schalke zum ersten Mal die Champions League nach Hause. Helden der Arbeit. Schalke hat bereits das 50. Pflichtspiel in der Saison bestritten. Ja. Mit Champions League Qualität natürlich. Wow. Leute. Wow. Einfach nur wow. Wir holen den Pott. Manager-Level ist auch gestiegen. Super. Dann erst mal Titel. Na klar. UEFA Champions League. Triumph des FC Schalke 04. Am 31.05.2014 war es soweit. Um 22.45 Uhr. Reckte Kapitän Benedikt Höwedes. Den Pott mit den zwei großen Ohren in den Nachthimmel von Madrid. Und damit ist Schalke Champions League Sieger. Siegprämie. Pokal-Match haben. Sie haben eine Siegprämie von 3,4 Millionen Euro verbuchen können. Staatsbericht Verletzungen. Neustädter ist wieder fit. Steht da oben zumindest. Neuer Manager-Level 5. Klasse. Mitarbeiter nehmen Angebot an. Sipo Eichkorn bleibt weiter Co-Trainer. Holger Gerke bleibt Taubertrainer. Thomas Spiegel bleibt Pressesprecher. Und Daniel Stockmann bleibt Sportdirektor. Zusammen mit meiner Wenigkeit natürlich. Roman Neustädter ist wieder fit, wie gesagt. Leute, es ist unglaublich. Wir sind Champions League Sieger 2014. Es ist vollbracht, kann man ja mal so sagen. Die Saison ist gerettet, kann man auch sagen. Am Ende waren es nur drei Punkte Abstand zum Champions League. Aber ist ja egal. Wir haben die Champions League gewonnen. Spielen damit. Nächste Saison Champions League. Können uns nächste Saison ganz klar auf die Meisterschaft konzentrieren. Wollen da sicheres Fahrwasser haben. Wir können ein paar gute Angebote entlocken, sicherlich. Haben nächstes Jahr Transferregion von 3,50,2 Millionen. Werden sicherlich auch ein bisschen was verkaufen. Vielleicht wieder mal gucken. Auf jeden Fall. Ja, war es das immer für heute. Der Hansa-Fan muss ins Bett. Er ist todmüde. Er ist sowas noch euphorisch. Ich träge jetzt erstmal ein Bier, Leute. Auf diesen Sieg. Das haben wir uns natürlich verdient. Morgen geht es dann weiter mit der Nachbetrachtung zur Saison. Etc. EPP. Saisonübergang. Es geht in die dritte Saison. Mit dem FC Schalke 04. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke für eure Unterstützung. Macht so weiter. Haut rein. Euer Hansa für 1999. Ciao, ciao. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017